Nun gut, sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. meine ewige Treue und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Wer über mir steht, möge mich richten, wer unter mir steht, möge mich richten, falls ich meine Pflicht verletze. Lang lebe der Kaiser, lang lebe das Kaiserreich. Willkommen bei der kaiserlichen Armee, Soldat. Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Bayrand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. Ich habe auch noch eine Frage. Parteiisch. Gescheitert, schließt dich dein Aufstand der Sturmmünder an. Besorge dir eine kaiserliche Ausrüstung von Bayrand. Das heißt, wir haben jetzt... ...begonnen die Zackenkrone. Sprich mit Legat Ricke. Ich habe mich dazu entschlossen, mich der kaiserlichen Armee und ihrem Kampf... Scheiße. Gescheitert, so jung und schon bei den Sturmmündern. Okay, weiter. Ich habe mich dazu entschlossen, mich der kaiserlichen Armee und ihrem Kampf um den Erhalt des Kaiserreichs anzuschließen. Ich sollte mit Legat Ricke sprechen, um meinen ersten Auftrag zu erhalten. Finde das Schwert des Roten Adlers... Buh. Okay. Ulfric wird uns Weißlauf abnehmen wollen. Aber wir werden standhaft bleiben. Die Rebellion darf sich nicht frei durch das Zentrum von Himmelsrand bewegen. Ein Gefangener der Festung Nordwachten muss frei gelassen werden. Den Talmohr? Habt ihr eine Vorstellung davon, was ihr da verlangt? Ja. Tut mir leid. Das ist einfach nicht möglich. Das würde zu viele Probleme verursachen. Hm. Los doch. Das interessiert mich eher wenig. Scheiße. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hör zu. Willkommen bei der Armee, Hilfssoldat. Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfric's rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden. Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Korvan Junt. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Alles klar. Triffläger-Trecke vor Korvan Junt. Uah. Was ist die Zackenkrone? Eine legendäre Krone aus der Zeit König Haralds. Oder sogar noch davor. Ein mächtiges Relikt eines goldenen Zeitalters, das längst Geschichte ist. Der Legende nach wurde die Krone aus den Knochen und Zähnen uralter Drachen gefertigt. Sie soll ihrem Träger Macht verleihen. Oh, wie will ich haben? Wie auch immer die Wahrheit aussieht, in Ulfric's Händen wäre es ein mächtiges Symbol, mit dem er Unterstützung für seine Sache gewinnen könnte. König Harald. Das ist ungesprächlich auch der Spitzname von Shadowlight. Deswegen muss ich lachen. Woher wissen wir, dass die Krone im Korvan Junt ist? Um ehrlich zu sein, überhaupt nicht. Ihr Standort ging mit König Borgas verloren, als er auf seinen alessianischen Kampagnen von der großen Jagd getötet wurde. Angeblich wurde sein Leichnam nach Himmelsrand zurückgebracht und geheim mit der Krone begraben. Das Wissen über den Ort ging im Erbfolgekrieg verloren. Meine Leute teilen mir mit, dass Galmar sich ziemlich sicher ist, dass in Korvan Junt das Grab von König Borgas liegt. Ich kenne Galmar. Wir haben in vielen Kriegen Seite an Seite gekämpft. Er neigt nicht zu sentimentalen Träumereien. Wenn er glaubt, dass die Krone hier ist, hat er sie wahrscheinlich gefunden. Warum kämpft ihr für das Kaiserreich? Ich bin ein loyaler Bürger des Kaiserreichs. Meine Eltern waren Soldaten und ich bin in ihre Fußstapfen getreten. Aber noch wichtiger ist, dass ich eine Tochter von Himmelsrand bin und mir wünsche, das Land in neuem Glanz erstrahlen zu sehen. Nennen sich die Sturme nicht selbst Söhne und Töchter von Himmelsrand? Ich bin schon mein ganzes Leben eine Tochter von Himmelsrand. Ich liebe das Land und seine Leute. Und das tun alle Nord, die dem Kaiserreich dienen. Einst auch Ulfric. Er war nicht immer ein selbstsüchtiger Ego-Mahner. Er hat im Krieg gegen den Bund in der Armee des Kaiserreichs gekämpft. Aber Ulfric und seine Sturm-Mäntel machen sich was vor. Wenn es eine Hoffnung auf einen langfristigen Sieg gegen den Bund gibt, dann ist das das Kaiserreich. Die Rebellen heizen die Spannungen nur an und schwächen das Kaiserreich, indem sie es von seinem eigentlichen Ziel ablenken. Ich betrachte diese Unterhaltung als beendet. War ja nur eine Frage. Ach, okay, dann gehe ich mal. Mensch ey. Frauen. Ja, wir sind im Kaiser, in der kaiserlichen Armee endlich und haben doch tatsächlich die Prüfung schon vor der eigentlichen Prüfungsstellung abgelegt und erfolgreich bestanden. Das spart Zeit. Was? Das spart Zeit. Ja, ist ja gut, ruckelt, ruckelt, wie die Welt zur Sau geht. Ich glaube, das ist der Schmied. Moin, moin. So grüßt man heute, so grüßt man hier oben. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? General Tullius hat gesagt, ihr würdet mich ausrüsten. Warte mal. Ja, genau das hat er gesagt. Ja. Ich hätte da nur eine Frage an euch. Leicht, mittel oder schwer? Leichte Rüstung für Erkundungsmissionen, schwere Rüstung für Schlachtengetümmel oder etwas dazwischen? Das ist interessant. Ich glaube, wir sind nur vielleicht geskillt, ne? Geht mir mal leicht. Gut. Hier, bitte. Damit solltet ihr euch bei Hände fortbewegen und euch einigermaßen behaupten können, wenn ihr in einen Kampf geratet. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. Wenn ihr die verliert oder sie euch kaputt hauen lasst, werdet ihr zahlen müssen. Genau wie jeder andere. Ähm, okay. Danke. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder... Dann wollen wir mal gucken, wie das... Äh, ob die überhaupt besser sind. Wir haben einen kaiserlichen Bogen der Kühle. Den brauch ich aber nicht. Okay, Waffen haben wir nicht gekriegt. Aber... Gott, sind die Dinger scheiße. Mal ehrlich, selbst der Schild ist scheiße. Darf ich tauschen? Wanderer wie ihr haben bestimmt viel... Zu etwas anderem habe ich... Die Männer, die hier in Einsamkeit trainieren und die Truppen, die im Einsatz sind, alle brauchen sie Waffen und Rüstungen. Aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Hm. Ehrlich gesagt, man könnte... Meine Loyalität gilt Einsamkeit. Wohin Jarl Elisif uns auch führt. Anscheinend haben die kaiserlichen... Na, Klingen, Helme. So ziemlich alles, was ihr braucht. Ne, warte mal. Ich lade. Alle Welt möchte laden. Laden, laden. Neustart. Dann nehme ich doch lieber die schweren. Anscheinend haben die... Ja, leicht, mittel oder schwer. Schwör. Besseren Stahl werdet ihr nirgends. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt ein... Na, Klingen, Helme, so ziemlich alle... So, ist das jetzt besser? Ist besser, ist besser. Das ist scheiße, das ist scheiße. Ist immer noch scheiße. Ne, was ihr braucht. Äh... 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 Das hab ich gleich angeklickt. Ne, dann bleib ich lieber in meiner Kluft. Die sieht sowieso viel geiler aus. Pfeilmacher? Pfeilmacher! Gib mir mal Pfeile, Pfeilmacher. Und zwar richtig... Und zwar die Besten. Die Besten. Gut, Buch gelesen. Ups. Hallo und Willkommen, mein Freund. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag helfen? Was habt ihr zu verkaufen? Pfeil und Bogen für den mächtigen Jäger. Boah, da hat ja wirklich alles. Gut, dann wollen wir mal eben die... Rüstungen verkaufen. Die sowieso alle für den Arsch sind. Ebenso den Bogen, den wir in ihm haben. Ja, komm. Weg damit. Alles weg, was ich nicht brauch. Stahlplattenhelm. Auch den... Hm... Ja, komm. Auch den nehm ich weg. Aber die anderen behalte ich. So, was hast du zu verkaufen? Gliedriche. Her damit. So, Eisenpfeiler brauche ich nicht. Geiliger, kaiserlicher Bogen. Okay, der ist stärker. Ich habe einen... Und der ist ein 21er. Der hat hier schon mehrere... Hm... Ne, stimmt gar nicht. Das ist nicht besser. Der Zwergenbogen ist andend besser, ja. Ne, dann hat er nichts. Dann hat er nichts. Wie sieht es aus? Was habe ich denn an Pfeilen? Ich habe 302 Stahlpfeile. Wahnsinn. Aber komm, die Eisenpfeile, ne? Die braucht kein Mensch. Nimmst du dir mal wieder weg? Dann packe ich dir aus. Wie sieht es mit Zwergenpfeilen aus? Ja, die kosten aber auch 10. Na, lassen wir mal. Kommt doch bald mal wieder vorbei. So. Autoself ist so oder so da. Dann wollen wir doch mal gucken. Legat, Ritte. Ritte. Ricke sollen wir treffen? Wir haben ein Problem. Ich kann den... Befehl nicht durchgehen lassen. Dann muss ich wahrscheinlich... Ne Frage, wo ist Covenant? Ach, schon wieder am anderen Ende der Welt. Das ist ein Problem. Ich glaube... Wir müssen gehen. Aber ich weiß nicht wohin. Drachenblut. Hey, hier. Da haben wir aber was in Einsamkeit. Und zwar diplomatische Immunität. Die Lage scheint sogar noch schlimmer zu sein. Als Delphine bisher... Ach, das war die Sache, wo ich das... Das Imbusschwert gekriegt habe, ne? Das ist, glaube ich, ein Teil der Hauptquest, wenn ich mich nicht irre. Triff Malborn in Einsamkeit. Der ist hier zu vielweise. Ähm. Der ist da. Ich bin nicht interessiert. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. Das solltet ihr noch mal übernehmen. Wie ist es?